hallo ihr lieben ich grüße euch zu einem neuen video zu einem stationius update wir freuen uns alle es ist großartig geworden also ich bin ein riesen fan vom neuen update und wir schauen uns das gleich auf jeden fall mal genauer an in den patch notes grundsätzlich es gibt jetzt brutale staats und ich bin super super happy über dieses update und freue mich da auch selber drauf ist zu spielen ja wir gucken uns das gleichen einzelne an wir schauen uns jetzt erstmal grob die patch notes an also wirklich nur grob weil ich möchte mich auf das hauptsächliche thema die brutalen staats möchte ich mich gleich mal mit euch drauf stürzen so brutale staats neue herausforderungen und bessere fensterläden auswahl des startgangs genau es gibt jetzt die möglichkeit einmal den standard start zu nehmen dann gibt es noch den brutalen start und was ganz cool ist es wird aufgelistet was man bekommt schauen wir uns auf jeden fall auch an und die haben sehr viel daran gearbeitet halt einfach mal einen sehr 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 schwierigen start hinzulegen was ich sehr gut finde ich habe letztens privat für mich mal den niemals ausprobiert es gab ja im 27 5 gab es ja einige änderungen bei der startausrüstung dann wurden gleichzeitig vulkan und niemals der planet an sich angepasst was ressourcen anging und ja niemals hörte sich erst mal echt schwieriger an als vorher wurde auch so von vielen halt auch benannt dass es halt deutlich schwieriger werden wird und habe mich dann an den start gemacht mit den neuen startbedingungen dies dann bei dem update gab und ja war leider ein bisschen enttäuscht das war super 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 easy weil einfach die startausrüstung massivst einfach war es war irgendwie über 80 liter wasser die man dabei bekommen hat einen großen kanister mit sauerstoffen großen kanister mit fuel man hat jede menge wirklich sehr nützliche gebäude dazu bekommen oder gegenstände um zu helfen und ja ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich davon dass es wirklich ein sehr popel einfacher start war ich hatte was anderes erwartet ja und dann überrascht uns hier einfach mal das update mit brutale start ich bin hellauf begeistert ja grundsätzlich die startbedingungen sind sehr sehr minimalistisch also sehr minimalistisch und vor allen dingen sehr ähnlich auf den ganzen unterschiedlichen planeten auf dem wir starten können und das macht das ganze gerade bei den schwierigeren planeten noch mal eine ganze ecke schwieriger also wirklich das wird spannend auf jeden fall das mal auszuprobieren ja noch eine ganz nette geschichte hier die verbunden fensterläden ich kenne die anderen tatsächlich nicht aber was ich so hier sehe über das gift das sieht schon cool aus mit den fensterläden also da könnt ihr mir gerne mal schreiben wie die alten so waren irgendwas mit ja hier die die automatisierungs sports waren irgendwie komisch und hässlich oder irgendwie seltsam platziert oder so keine ahnung auf jeden fall das was ich hier sehe sieht sehr cool aus werde ich mir auf jeden fall mal irgendwann anschauen mit sicherheit ja und dann gab es halt wie immer eine riesige litanei an 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 patch notes hier mit viel viel auf ec viel natürlich auf die auf die brutalen starts mit der startänderung also das ist super super viel guckt euch an was was alles drin ist da gehen wir jetzt nicht großartig darauf ein also wirklich viel vieles bezieht sich halt wirklich auf den brutalen start und die menüänderung und ja guckt euch an link ist unten in der video beschreibung für diejenigen die nicht wissen wo sie das nachgucken können so und dann gehen wir mal rein wir gucken uns erstmal das menü an und wir werden gleich auf jeden fall auch mal einen start machen denn auch der start an sich wurde verändert also es gibt jetzt eine video szene zum start die an sich ganz nett ist aber auch tag nach so ein tag bei sachen vielleicht geändert werden ich zeige es euch gleich mal und dann werdet ihr wissen worum es geht so wenn wir jetzt sagen wir wollen ein neues spiel nehmen nehmen wir uns natürlich jetzt irgendeinen äh planeten im übrigen kann ich schon mal sagen asteroide gürtel falls ihr da auf brutale starts hofft äh gibt es nicht also da gibt es nur den normalen start ja wir starten meinetwegen mal hier mit dem mond na und dann das finde ich auch ganz gut es wurde unterschieden zwischen der schwierigkeit und dem start also ich hatte schon die große befürchtung gehabt dass sie das miteinander verquicken das meinetwegen nur auf station hier auch der brutale start verfügbar ist aber zum glück haben sie es unterschieden ähm das macht das ganze nochmal eine ganze ecke schicker weil ich immer finde normal ist ja schon anstrengend station hier ja das ist am anfang halt super anstrengend aber nachher wird es halt nur noch nervig es ist nur noch nervig weil man hat ja wohl das essen und das wasser aber man muss es halt die ganze zeit in sich rein schaufeln und ähm ja also man ist quasi sich nur am versorgen und das finde ich bei normal schon immer echt ein bisschen anstrengend ab einer gewissen zeit wenn man sowieso schon alles hat ist man nur noch am rein schaufeln ähm ja deswegen bin ich super super happy damit dass sie das äh voneinander getrennt haben und man auswählen kann welche schwierigkeit man spielen kann auch sagen man möchte easy spielen und dann den brutalen start ähm finde ich ein bisschen schade ähm dass also normal ist finde ich so die geschichte wo es dann spannender wird weil man halt auch den helm aufmachen muss um meinetwegen trinken und essen zu können so und dann haben wir nämlich schon hier jetzt die auswahl zwischen den beiden startbedingungen einmal natürlich standard hat man dann hier auch aufgeführt was da alles drin ist und das ist eine ganze ganze menge wenn man sich das mal anschaut hier im fuel tank dann wird ja jetzt unterschieden zwischen landefähre also dass der länder den man halt sonst auch hatte ne und es gibt jetzt auch eine lande kapsel na und hier auf dem länder halt ganz normal wassersauerstoff dann die mehreren kisten die dann auch ganz viel unter drin haben und ähm was auch spannend ist es gibt ja jetzt auch diese äh boxen diese unterschiedlichen wo man jetzt leider auch nicht sieht wie viel da drin ist aber ich habe euch alles aufgelistet zumindest beim brutalen start was da genau überall drin ist ja und jetzt schauen wir uns dann mal an also wie gesagt hier jede menge stuff also es ist wirklich viel jetzt schauen wir mal bei brutal und ja das ist die liste ich finde das total abgefahren also das ist schon sehr 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 wenig schon aber was man jetzt nicht vergessen darf hier in der kiste sind tatsächlich auch noch weitere packs drin wenn man sich mal reinschaut hier einmal eisenraben eisenbleche bausatz kartoffelsaat gut und dann kommen nämlich die boxen oder die packs je nach start gibt es unterschiedliche power packs also auf mars und mond ist es zum beispiel das solar power pack genau wie auf venus und vulkan dann gibt es einen unterschied zu mimos bekommt nämlich ein gas power pack und dann gibt es noch europa das ist so ein mischmarsch aus wind und solar also so ein hybrid power pack gibt es dort ja dann gibt es hier noch die lande kapsel die vier mole sauerstoff enthält warum das da aufgeführt das kann ich euch nicht sagen ist ein bisschen quark aber gut ja man hat genug sauerstoff um damit nach unten zu kommen so vielleicht willst du das sagen ja und dann gibt es in diesem länder gibt es tatsächlich auch noch mal das steht hier nämlich auch drin wasserflaschenpaket und müßelriegelbox gibt es hier in der kiste und auch noch mal im länder aber da ist tatsächlich noch ein fehler drin hier steht nämlich dass es jeweils zwei water und jeweils zwei müßelriegelboxen gibt das stimmt nicht das kann ich euch schon mal sagen dort ist jeweils nur eine box im in der lande kapsel dann tatsächlich auch enthalten ja was es auf den einzelnen planeten gibt zeige ich euch gleich noch ich habe eine komplette liste für euch vorbereitet und wir gehen jetzt mal rein schauen uns den start an und ja dann ach so ja ich muss hier mal eben hier blablub start dann gucken wir uns mal die videoszene an die es jetzt gibt in der man ja was heißt videoszene stimmt nicht es gibt so eine kleine sequenz da kann man auch tatsächlich schon drin steuern wir sitzen hier wunderbar in der lande kapsel drin da sind auch schon müsli und wasser boxen und das finde ich halt leider ein bisschen panne so wird abgesprengt und dann dürfen wir jetzt gleich raus da ist schon raus ja ich muss einfach steuern und dann werde ich rausgeschmissen ja ich habe einfach auch schon jede menge start tatsächlich mal ausprobiert gehabt und ich hatte es ganz oft dass ich hier rausgeschmissen wurde und erstmal in ein tiefes loch gefallen bin also wirklich tiefe löcher gefallen bin und ja ja und dann sieht man schon hier ist theoretisch platz für die packs die eigentlich da sein sollen die aber nicht da sind also da ist es halt einfach noch falsch beschrieben und jetzt sieht man auch hier in dem bottle bag gibt es dann halt vier trinkflaschen bei dem müßigeriegel sind es sechs ja dann hier liegen auf jeden fall jetzt jede menge wrackteile rum das ganze soll auch irgendwie so eine art notlandung dann ja darstellen und ich fand es ganz spannend wir haben da gestern im discord auch viel drüber gesprochen und viele sagten nur es ist schon ein seltsamer zufall dass das da doch sehr viel ähnlichkeit zu dem kalli start dazu den kalistropos mod existiert eigentlich ist das ganze jetzt nicht so riesen populär ich glaube da nicht so unbedingt dran aber ihr könnt da gerne auch mal die einschätzung geben was ihr davon haltet also das war ja ziemlich ähnlich der gedanke dabei eine bruchlandung was ja auch so sei ist hier und wir hatten halt beim kalli start zwei kisten wo dann halt ein paar sachen drin sind im großen und ganzen sind das ja auch zwei kisten nicht nur eine weil da halt jede menge packs mit drin sind die halten mehr beinhalten ja hier haben wir noch mal ein wasserflaschen paket das müßelie paket also das gleiche was wir auch in der landekapsel drin haben und dann wird es ein bisschen spannender halt hier die sachen die auch ausgeführt wurden aktive lüftung eisenbleche eisenrahmen und kartoffeln ja und dann gibt es halt noch das produktionspaket und das ist ein lichtbogenofen eine automatische drehmaschine nochmal eisenbleche kabel und kunststoffplatten um die sachen aufzubauen und dann gibt es das powerpack was auf jeden planeten dann unterschiedlich sein kann also je nachdem wo ihr startet ja und hier auf dem mond ist es dann jetzt eine stromunterverteilung eine kleine batteriezelle ein batterieladegerät dann hier die rote solarzelle und die glasscheiben die rote solarzelle solar nicht die da oben sondern ich glaube ist das hier ist es das? ne es ist nicht das sondern die standard ne hm ist dann doch das hier bin gerade nicht sicher auf jeden fall dieses rote ding was man am anfang hatte ich glaube das ist das bin gerade nicht sicher na auf jeden fall das kann man halt nur so aufbauen und äh ja ähm ja und das war's dann mehr gibt es nicht ähm spannend ist natürlich nochmal vielleicht so was man halt in den ganzen sachen hier drin hat ne wir schauen uns das auch nochmal ein also grundsätzlich ne immer hier die 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 module für das tablet halt eine heilpille 20 fackeln tragbares photovoltaik panel ähm wir haben hier nochmal ein müsli riegel und nochmal eine trinkflasche und ja das ist die ausrüstung und jetzt kommt der spannende part diese ausrüstung ist bei allen planeten dieselbe ihr habt überall diese startausrüstung es ist egal ob ihr auf dem mond auf mars oder auf venus startet ihr habt alle die gleiche ausrüstung wie hier auch was die ähm die anzüge und auch die helme angeht und auch die werkzeuge es sind alles die gleichen ausrüstung auf jedem planeten und das ist ziemlich spannend weil ich keine ahnung habe wie man auf venus oder vulkan überhaupt klar kommt ich habe das noch nicht gespielt ich weiß nur dass man normalerweise halt ausrüstung hat die halt deutlich mehr aushält gerade in bezug auf druck und hitze und ja die gibt es halt da nicht mehr da müsst ihr euch dann davon verabschieden also ich habe keine ahnung ob das möglich ist ich bin auf jeden fall gespannt ob es der ein oder andere ausprobiert und werde das dann mit sicherheit auch verfolgen ja und und das war so die erste geschichte und dann die zweite geschichte die werde ich euch jetzt mal einblenden das ist dann nein falsch so ja hier haben wir dann nochmal die auflistung der ganzen sachen ähm die es dann auf dem mars und dem mond gibt ja also da habt ihr exakt diese auflistung an sachen wenn ihr das nochmal genau anschauen wollt einfach pause drücken da ja schon gesagt auf mimas gibt es ein anderes powerpack statt solar gibt es dann nämlich das gas powerpack mit einem portablen gasgenerator einen stromanschluss für den und einen stuhlkanister ja solar hat da einfach gar keinen sinn weil es nicht viel sonne gibt das wäre sonst wirklich schon ziemlich arg fies ähm ja und dann gehen wir zu europa habe ich auch schon gesagt da gibt es dann ja also das ist hier falsch das ist kein gas powerpack das ist ein hybrid powerpack mit ähm wind und solar das ist dann auch falsch beschrieben und ähm ja ich habe ja gerade gesagt venus und vulkan haben äh die gleiche ausrüstung wie halt auch die anderen planeten und auch beim bei dem was dazu kommt ist es halt auch nicht viel also im großen und ganzen habt ihr das gleiche die gleiche ausrüstung wie auf dem mars oder auf dem mond der einzige unterschied ist ihr habt noch einen sauerstoff tank dabei mit 2,5 kilo mol und ein isoliertes kanister paket mit 12 liter wasser das bekommt ihr zusätzlich auf venus und vulkan ähm ja für mein empfinden keine ahnung wie man das schaffen soll ähm es gibt mit sicherheit die ein oder anderen cracks die das hinbekommen ähm da ich auf den noch nie gespielt habe und größten respekt vor diesen beiden planeten habe habe ich keine ahnung wie man das ganze machen soll also wirklich nicht keine ahnung ich war nur kurz drauf und habe nur gedacht so uff das ist eine ganz ordentliche nummer ähm ja und das war es eigentlich schon ne für euch halt mal eine kurze auflistung was euch so erwartet ähm vielleicht nochmal ganz interessant ich werde auf jeden fall einen start auf mimas machen einen brutalen start das werde ich auch als kleine mini reihe machen ähm einfach nur um zu gucken wie ist der start auch nicht ewig viel ins ins spiel reingehen sondern wirklich so weit um sagen zu können ja ich kann überleben und ähm ja wenn mimas geschafft ist gehe ich auch davon aus dass mond und mars dann halt auch keine herausforderungen sind da hat man so viel ähm so viel die sonne dass das kein thema ist was strom angeht und vor allen dingen auch ähm die geschichte man hat wassereis ne auf mond und mars hat man wassereis dabei das hat man auf mimas nicht und ähm ja dementsprechend denke ich mal mimas ist das schon ein bisschen anspruchsvoller als mond und mars eine ganze ecke sogar und ähm ja kohle wurde ja auch im letzten update etwas runter gefahren also von daher mimas ist eine nummer schwieriger als mond und mars von daher werde ich mal mit mimas anfangen mir das anschauen und äh hoffentlich gut durchkommen wenn nicht dann wird halt neu gestartet mal gucken und ähm ja dann werde ich mich vielleicht nochmal irgendwann an europa ranwagen mal gucken mal schauen erstmal zukunftsmusik aber äh ja schreibt mir mal gerne was dazu was ihr von dem ganzen ähm brutalen starts haltet ob ihr selber spielen werdet und mal gerne auch eure einschätzung zu den unterschiedlichen planeten mit der startausrüstung liefern ich freue mich da riesig rauf in dem sinne vielen lieben dank fürs zuschauen lasst mir ein like da abonniere nicht vergessen wenn ihr neu dabei seid und dann sehen wir uns beim nächsten mal tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020